Musik Ich bin ein Clown. Offizielle Berufsbezeichnung Komiker. Keiner kirche Steuerpflichtig, 27 Jahre alt. Ein Clown, der sich dem 50 nähert, hat zwei Möglichkeiten. Gosse oder Schloss. Bonn hat auch Gossen. Und das schreibt mir eigentlich vor, bis 50 zu warten. Ich nehme, was kommt, und rechne mit der Gosse. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020